Moin und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Wir sind mittlerweile Ende Mai angekommen und es gibt irgendwie immer noch nicht so viel Neues zum Thema SWTOR. Wir werden heute eine gemischte Folge machen, 50% auf dem Live-Server, 50% auf dem PTS. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch eine relativ kurze Aktion hier. Nichtsdestotrotz gibt es etwas, was ich zumindest zu feiern habe. Und zwar habe ich nach vergangenen Woche, wurde ich darauf hingewiesen. Ey, übrigens, du hast die 3500 Abonnenten erreicht. Ja, haben wir 3500 Abonnenten erreicht. Das freut mich natürlich. Vielen Dank dafür an euch da draußen, die alle hier regelmäßig zuschauen. Natürlich dafür auch ihr Abo dagelassen haben. Ist mir ein Fest. Ja, also was kann man machen? 3500. Mal kurz überlegen. Ja, komm, machen wir Gewinnspiel. Schreibt einfach mal einen Kommentar hier unter das Video und schreibt da einen Charakter rein. Und eure Fraktion, also mit dem ihr teilnehmen wollt und fertig ist. Ihr habt Zeit, weiß ich, bis Samstagabend oder so. Machen wir bis Samstagabend und machen wir Sonntag Auslosung. Und dann, was verwürfeln wir? 450 Kartellmünzen. 4, 4 mal, 4 mal, 4 mal 450 Kartellmünzen. Raus damit. Ja, wie gesagt, einfach einen Kommentar unten drunter schreiben. Machen wir ganz kurz und knapp. Ihr schreibt einen Kommentar unter dem Video. Da steht euer Charaktername und eine Fraktion drin, auf der ihr euch spielt. Mit diesem Charakter natürlich. Also macht keinen Sinn, einen imperialen Charakter einzutragen und dann die Republik dahinter zu schreiben. Dann finde ich den Charakter nicht. Wäre doof. Ähm, und dann war's das auch schon. Et voilà. Äh, 4 mal 450 Kartellmünzen. Das heißt, 4 Leute von euch haben die Möglichkeit, 450 Kartellmünzen zu gewinnen. Ist doch mal was, oder? Cool. Ähm, haben wir das auch geklärt? Eine wunderbare Sache. Gut. Äh, also fleißig tippen. Ja, wie gesagt, zur SWTOR, da gibt's nicht wirklich viel Neues. Das ist ein bisschen Stillschweigen aktuell. Ähm, es gibt immer wieder mal aus dem Entwicklerforum die Meldung, jo, wir haben einen Bug gefunden. Ja, ist uns bekannt. Ja, wir fixen ihn. Aber so, äh, so wirklich Neues gibt's da nicht wirklich. Ähm, dementsprechend werden wir gleich nochmal einen Blick auf den PTS werfen, um nochmal zu schauen, was da denn so gerade los ist. Da gibt's nämlich tatsächlich noch was, was wir uns anschauen können. Und, äh, beim Kartellmarkt werden wir auch nochmal auf dem PTS vorbeischauen, denn dort gibt es auch wieder ein paar Neuerungen. Und, äh, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie geht's jetzt weiter denn eigentlich? Ja gut, wir sind jetzt irgendwie auf dem Ende Mai, ne? Am Montag ist der 1.6., ist natürlich auch ein Feiertag. Und, äh, dann haben wir, ja, zwei Wochen vielleicht noch. Also, das Doppel-EP-Event geht ja bis 15.16.6. Und, äh, ich nehme mal an, dass es dann vielleicht einen Patch geben könnte, der sich 6.1.2 nennt. Ist natürlich noch nichts angekündigt. Äh, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass das dann passiert oder auch nochmal um zwei, drei Wochen verschoben wird. Da kommen dann natürlich Nightmare Duxun, also dem Meister-Modus, heißt das ja neuerdings. Meister-Modus der Duxun-Operation. Da kommen dann Änderungen wahrscheinlich auch nochmal an den Klassen. Äh, da gibt es nämlich ein paar neue Set-Boni. Dann gibt es da, ähm, auf jeden Fall, oder wahrscheinlich das Swoop-Event. Neue Kartell-Markt-Gegenstände natürlich. Und, äh, ja, was noch? Das ist so ein bisschen die Frage, was da noch mit dazu kommen kann. 6.1.2, ja ohne Story logischerweise. Das ist aber im Endeffekt so das, was wir erwarten können. Frühestens mit Ende des, äh, Doppel-EP-Events. Ich denke mal, früher werden sie das nicht raussetzen. Und dann, äh, vielleicht schon am 16., vielleicht aber auch erst ein oder zwei Wochen später. Wie gesagt, ist ja noch nichts angekündigt, ne? Ne, da kann man noch nicht, äh, irgendwie davon ausgehen, dass das irgendwie was Festes ist. Ja, müssen wir also schauen, wann wir dann da tatsächlich mal, äh, weitere Infos zu kriegen. Vielleicht schon in der nächsten Woche. Vielleicht können wir dann im nächsten Kartell-Markt drüber reden. Und, äh, ja klar, das Night-Life-Event, ne? Das muss natürlich auch kommen, fällt mir gerade ein. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache. Da ist natürlich die Frage, kommt das parallel schon zum Dentuin-Event, ne? Also zu dem, äh, natürlich zu dem Swoop-Event, zu dem, äh, Ren-Event. Weil, äh, wenn zwei Events gleichzeitig sind, äh, so viel Zeit haben die Spieler ja gar nicht, ja? Wir werden gleich auf dem PTS sehen, was man für Zeit investieren muss in dieses, äh, Swoop-Event. Das heißt, es wäre vielleicht besser, das Gestaffelt ein bisschen zu machen. Wobei das, äh, Night-Life-Event ja eigentlich immer parallel lief, ne? Also da war auch mal Grie-Event parallel oder da war halt auch mal das entsprechende Rakule-Event dann mal mit aktiv. Oder Bounty Hunter-Event oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, wenn ein neues Event rauskommt, würde ich schon sagen, dass man das vielleicht erst mal alleine dastehen lässt. Auf dem Live-Server zwei Wochen lang, äh, dass die Leute das testen können, spielen können und so weiter. Und dann kommt man mit einem Night-Life-Event um die Ecke und dann können sie alle in die Casinos absacken. Ich würde sagen, wir quatschen hier einfach gar nicht weiter drum rum. Wir gehen einfach mal rüber auf dem PTS und schauen uns das Ganze dort einfach mal an. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen hier auch vom PTS. Wir haben uns hier nochmal eingeloggt, um einfach nochmal zu sehen, wie ist denn hier der aktuelle Stand. Hier hat sich nämlich ein bisschen was getan. Leider immer noch keine Händler, wie wir sehen. Also wir stehen hier mal wieder auf Dentroin am, äh, am Subrennen hier rum. Das heißt, äh, wir haben hier auf jeden Fall, äh, weiterhin die Mission, wir können es weiterhin testen und so weiter. Aber wir haben auch noch keine, äh, Händler hier zu stehen. Die müssten ja denn hier irgendwo auftauchen. Aber sie sind noch nicht da. Das ist also immer noch eine Sache, die fehlt. Hier oben links sehen wir allerdings, mittlerweile sieht das ja doch ganz angenehm aus hier, was hier dran steht. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die, die Freunde, die online sind, die Gilden-Mitglieder, die online sind. Und, äh, auch hier, wie viele Leute generell hier gerade in der Instanz online sind. Bisschen schade, dass hier nicht mehr der Name steht, wo man gerade ist. Aber sollte man eigentlich wissen, man kann das hier weiter noch aufklappen, um zu sehen, was ist denn hier eigentlich gerade Phase. Ja, aber worum wir, warum wir hier eigentlich nachschauen wollten, ist eigentlich die Sache, dass es nämlich in den, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier im Vermächtnis, nämlich das neue Event jetzt gibt. Und dann müssen wir mal ein bisschen runterscrollen und ein bisschen nachschauen. Bei Events würde das wahrscheinlich drinstehen, da ist es. Und hier haben wir im Endeffekt jetzt ein paar Erfolge mit drin. Und da schauen wir doch mal durch, was wir denn hier so Schönes machen müssen. Also, wir haben allgemeine Erfolge. Da gibt es hier Absolutely Perfect. Achieve Perfect Rallys for all Swoop Gangs on Dantooine, Onderon und Tatooine. Das heißt, wir sollen auf jedem Planeten für jede der drei Fraktionen einmal fahren. Ja, also Blatant Blacks zum Beispiel, Dantooine, Onderon, Tatooine. Horizon Razors, Dantooine, Onderon, Tatooine. Und auch hier die Pit Screamers, Dantooine, Onderon, Tatooine. Jede, also überall einmal fahren, auf allen Planeten einmal die Runde für alle machen. Fertig. Dann gibt es hier einen Erfolg. A friend to Swoop Gangs everywhere. Complete Explosive Opportunity, Raising Depths und Screaming to the Future. Okay. Das heißt, hier sollen wir auf jeden Fall andere Erfolge für abschließen, die wahrscheinlich hier jetzt irgendwo drin versteckt sein werden. Und da schauen wir mal nach. Wir haben zum Beispiel Dantooine. Hier sollen wir, ah ja, hier sollen wir auf jeden Fall für zum Beispiel die Blatant Blacks, 10 Runden fahren auf Dantooine. 50 Runden fahren auf Dantooine. 200 Runden fahren auf Dantooine. Uff. Okay, das ist relativ umfangreich. Und dann ran the course on Dantooine for Blatant Blacks under Bonus Timer Limit while setting off every explosion and not hitting any obstacle. Das ist also wirklich die Perfektion. Und das ist dann auch der Perfektionserfolg, den wir dann, glaube ich, hierfür brauchen. Explosive Opportunity? Nee, das ist noch was anderes. Das hier heißt anders. Okay. Dann müssen wir das hier auf jeden Fall auf Dantooine auch machen für die Horizon Razors. 10, 50, 200 Mal. Und auch einmal perfekt machen. Und auch für die Pit Screamers. 10, 50, 100, 200. Und einmal perfekt. Und was haben wir hier noch? Dantooine Cup Bronze. Complete each Spook Gang Course on Dantooine 10 Times. Achso, das sind die Sammelerfolge. Machen wir das 10 Mal. Machen wir die 3 hier. Dann kriegen wir den. Machen wir die 3 hier. Kriegen wir den hier entsprechend. Machen wir die 3 zusammen. Kriegen wir auch den hier. Und dann gibt es hier Dantooine Perfection. Wobei wir eben diese 3 Sachen hier. Bronze, Silber und Gold entsprechend machen müssen. Beziehungsweise, nee, wir müssen die 3 Perfektionsrunden hier machen. Dann haben wir das hier. Das Ganze gibt es hier auch für Onderon. Ja, das ist denke ich mal genau dasselbe. 10, 50, 200. Und die Perfektionserfolge. Und da unten gibt es die Sammelerfolge dafür. Und auf Tantooine das ist nochmal genau dasselbe. Da sehen wir hier also auch, die Erfolge sind hier relativ gleich. Gut, dann gibt es noch für jede der 3 Fraktionen hier eine Sparte. Da gibt es zum Beispiel hier die Blated Bags. Was sollen wir denn da machen? Pyrotechniker Expert. Complete on Dantooine 10x, Onderon 10x und Tatoine 10x. Ah ja, das sind praktisch dieselben Sachen. Ja, 50, 200. Genau. Dann gibt es hier die Alley. Complete Explosive Opportunity. Das ist hier das hier, oder was ist das? Wann der jetzt? Alley. Complete and Explosive Opportunity. Das ist hier, das ist vielleicht noch, das ist der Perfectionist. Okay. Aber was ist das? An Explosive Opportunity. Wo versteckt sich der Erfolg? Der ist auf jeden Fall hier nicht mit bei. Könnte also ein Versteckter sein, der irgendwo sich rumtümmelt. Gibt es 20 Punkte für? Ach so, Blatant Back Story Arc. Ah ja, okay. Das heißt, wir müssen einmal den Story Arc, also die Geschichte für die machen. Alles klar. Das gibt es dann wahrscheinlich hier für die Horizon Razors auch. Genau. Und einmal hier für die Pit Screamers gibt es auch einen Story Arc. Okay. Ah ja. Das heißt, wir sollen praktisch einmal die Story für die laufen. Und dann haben wir den Erfolg im Endeffekt auch. Und dann gibt es hier noch einmal diesen Perfectionist. Das haben wir ja im Endeffekt hier auch schon. Indem man einmal den macht. Einmal den macht. Und einmal den macht. Und dann kriegt man hier unten entsprechend auch den entsprechenden Erfolg hierfür. Aber was so ein bisschen fehlt, ist hier irgendwie eine Belohnung dafür. Also Titel gibt es nicht, soweit ich das jetzt gesehen habe. Also nicht immer hier für die absoluten Sachen hier, dass man hier irgendwie diese 200 Runden mal fährt. Auch für allgemein hier keine Titel mit drin. Das ist schade. Kommt vielleicht aber noch. Ist immer noch PTS. Muss man natürlich sehen, dass das auch eventuell noch eben nachgereicht werden kann. Oder nochmal angepasst wird. Vielleicht haben sie die Titel auch einfach noch nicht reingemacht, um das dann nicht zu spoilern oder was. Vielleicht gibt es ja da ganz tolle Titel. Wer weiß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt sowas hier jetzt noch mit drin. Aber die Erfolge, die wir hier erfahren können. 200 Mal das Ganze machen. Wenn man sich überlegt, das sind ja praktisch Dailies. Also kannst du bloß einmal machen. Das heißt, du müsstest es, wenn du 50 Charaktere hast und du machst das wirklich jeden Tag einmal, dann bräuchtest du vier Tage. Dann schaffst du das in einer Woche. Aber du musst das mit 50 Charakteren jeden Tag einmal machen. Uff. Äh, belastend. Also dann, uff. Uiuiui. Ja. Dann schaffst du es von Montag bis Donnerstag. Oder von Dienstag bis Freitag. Weil das Event wird ja Dienstagsanfangen, logischerweise. Äh, ja, schwierig, ne? Also, klar, wenn du mit 50 Charakteren das Ganze machst. Rechnen wir mal hoch. Ja, wenn, also der Rundkurs an sich, der dauert ja vielleicht bloß, sagen wir, mit annehmen, abgeben und so ein Shit. Also sagen wir mal, roundabout drei Minuten. Vielleicht fünf. Sagen wir fünf, da sind wir ganz sicher. Ne? Machst du das aber mit 50 Charakteren. Du musst ja auch erst das Event annehmen, hinreisen. Das sind auf jeden Fall auch nochmal zehn Minuten. Dann musst du hier diese komischen Dialoge durchskippen. Machen wir 15 Minuten. Ja, plus die, äh, plus die fünf Minuten obendrauf. Selbst wenn du sagst, 20 oder 30 Minuten, ne? Dann bist du da mit 50 Charakteren 25 Stunden beschäftigt. Also wenn du sagst, eine halbe Stunde, ne? Das ist kaum machbar. Gut. Hast du es einmal angenommen, ist es auf dem nächsten Tag einfacher, ne? Logischerweise. Du kannst es auch ein bisschen schieben. Machst am ersten Tag 20 Charaktere und auf dem nächsten Tag nochmal 20 Charaktere. Äh, die du einführst ins Event sozusagen. Und dann kannst du es eben ein bisschen staffeln. Ich denke mal auch, wenn das Event raus wird, wird es rauskommt, wird es auch erst mal zwei oder drei Wochen aktiv sein. So wie das immer ist. Dass man wirklich die Möglichkeit hat, das Ganze zu spielen. Ja, aber 200 Runden ist schon eine Menge, ne? Also da musst du schon mal gucken, ob ich die Motivation besitze. Das wäre ja nochmal, das wäre nochmal eine wichtige Frage. Okay. Ja, ansonsten hat sich viel hier nicht getan. Also an den Rennen an sich haben sie nicht viel geändert. Man sieht jetzt hier auch das Bike stehen. So sieht das ja jetzt aus. Und auch hier haben sie den, wo ist es? Da haben sie hier auch den Skin nochmal verändert. Hier sieht man es doch nochmal. Och, das sieht nochmal ein bisschen anders aus. Ja, also viel hat sich hier nicht mehr getan. Aber wie gesagt, die Erfolge sind eben dazugekommen. Wollen wir mal schauen, ob da auch noch ein paar Titel dazukommen. Und natürlich, wie dann hier am Ende das Ganze aussieht mit den Belohnungen. Die man entsprechend dafür kriegt. Ja, das soll es im Endeffekt erstmal gewesen sein. Hier vom PTS. Und ich würde sagen, wir werden uns dann gleich auf jeden Fall nochmal hören auf dem Live-Server. Ja, und damit sind wir auch wieder hier auf dem Live-Server. Und ich würde sagen, damit können wir hier auch kurz einen Prozess machen. Wir machen einfach mal hier das Interface entsprechend an. Schauen wir mal kurz darauf, was denn das Eroberungsevent in dieser Woche bietet. Das war natürlich das falsche Interface. Das Eroberungsevent bietet uns. Da müssen wir mal bei Punkte nochmal sortieren. Hier ein bisschen scrollen. Tatsächlich, es ist Mechanical Warfare. Das heißt natürlich was? Naja, EO-Card. Alle EO, also die EO-Card-Operation, Götter der Maschine und sowas ist eigentlich im Fokus. Aber was haben wir hier im Fokus? Wir sollen Flashpoints machen. Äh, Story Veteran Master jeweils fünfmal und dafür kriegen wir eben entsprechend hier irgendwie 25.000 Punkte. Toll. Äh, natürlich die ganzen Bonus-Serien. Hier sind mit drin, äh, hier sind mal wieder die Meister-Modus-Flashpoints auch mit dabei. Okay, äh, ja, die Daily-Gebiete müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Die sind sowieso immer mit am Start. Ähm, Ondron, hier haben wir die Operation, die ist auch immer mit drin. Also hier ist, äh, soweit ich das gesehen habe, nix drin zum Thema EO-Card. Ne, also klar, außer mach die Weekly, mach ne Daily. Aber die EO-Card-Operation zum Beispiel, die fehlt irgendwie. Äh, es ist ein bisschen schade, wenn das Event doch eigentlich auf EO-Card zugeschnitten ist, ne. Aber ich glaube, da habe ich mich schon mehrfach drüber beschwert, dass das irgendwie nicht so wirklich Sinn macht, jede Woche ein anderes Event zu machen, wenn, ähm, wenn trotzdem die Ziele irgendwie immer gleich sind, beziehungsweise nicht auf das Event angepasst sind, ne. Nächste Woche Rackul Resurgence auf Corellia. Ja, also Rackul Invasion und, äh, das entsprechende Event dazu auf Corellia. Und, äh, ja, ich denke mal, das, äh, schauen wir uns dann nächste Woche an. Da wird dann wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Thema Rackul mit drin sein. Also macht ne Rackul Mission zum Beispiel, war ja letzte Woche beim Grievement auch mit bei. Und, äh, ja, das ist es dann wahrscheinlich aber auch. Ja, äh, weiterhin, man sammelt Punkte ohne Ende. Das heißt, man kann auch weiterhin als, äh, relativ kleine Gilde hier, entsprechend den großen Planeten jede Woche erobern und damit eben die fette Belohnung einstreichen. Das ist eine wunderbare Sache. Äh, ja, klasse. Ne, ganz toll. Gut. Haben wir das auch? Würde ich sagen, schauen wir einfach nochmal in den Kartellmarkt rein, was sich hier so getan hat. Naja, ist ungefähr noch gleich geblieben, ne. Weil, Volp Tiller, Valiens Lichtschwert, Covert Stalker, die haben wir alle schon mal gesehen. Hier auch die beiden Rüstungssets sind jetzt nicht wirklich was Neues, weil die sind da seit sechs Wochen drin oder so. Äh, Genosen Egg Weapon Tuning. Ähm, da müssen wir mal ganz kurz mal eine Waffe holen, weil ich trage aktuell keine. Ne, Collected. Äh, nehmen wir einfach mal das hier. Preview. So, und dann müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Das hier und das Preview. So, und, äh, ja, da haben wir hier vorne zwei so eine geonosianischen Eier dran, die wachsen, aufplatzen und, äh, das ist es dann, ne. Will ich auf jeden Fall vorne an meinem Lichtschwert dran haben, bin ich ganz ehrlich. Äh, kostet auf jeden Fall aktuell nur 900 statt 1800. Kannst du also auch gucken, naja, kannst du wie gesagt so in die Tonnen treten. Aber gut. Was ich von Tunings halte, ist ja denke ich mal auch relativ bekannt. Äh, schauen wir nochmal nach. Ich bezweifle es, aber wir machen es einfach trotzdem. Denn wir gucken mal bei den Dekorationen rein, ob hier irgendwas Neues mit am Start ist. Aber das bezweifle ich jetzt einfach mal und sieht auch tatsächlich nicht danach aus. Gut. Aber, ich hatte es auch schon gekündigt, jetzt gehen wir trotzdem nochmal auf den PTS. Denn dort gibt es auch ein paar neue Sachen, die wir uns nochmal anschauen, was den Kartellmarkt betrifft. Das heißt, wir haben neue Models, wir haben ein neues Rüstungsset. Ich würde sagen, ich rede einfach gar nicht weiter drum rum. Wir schauen uns das direkt an. Auf geht's. Ja, und da schauen wir natürlich auf den PTS auch nochmal vorbei. Was den Kartellmarkt angeht. Und da haben wir hier jetzt tatsächlich für zum Beispiel das Basilisk Warmount einen Skin bekommen. Also die Textur ist jetzt da, nicht mehr nur das Model. Jetzt sehen wir mal, wie das aussieht. Das hatte ja auch eine Animation. Das schießt hier an diesen Seitenkanonen. Und hat eben haufenweise Geschütze noch hier vorne mit dran. Und wenn wir dafür mal... Gibt es da nicht die Walking-Animation? Bisschen schade. Wir können das vielleicht mal versuchen, indem wir hier die Laufanimation reinnehmen und dann previewen. Ne, er läuft nicht. Ja, läuft auf zwei Beinen, denke ich mal, ist klar. So sieht das Ding aus, dieser Roboter. Hier, Basilisk Warmount hat also jetzt auch ein Model. In grün gehalten. Kann man jetzt mögen oder nicht. Aber okay. Schauen wir mal hier nochmal kurz rein, ob sie hier mittlerweile den Helm... Ja, den Helm haben sie tatsächlich gefixt. Eine wunderbare Sache. Das heißt, die Haare gucken jetzt nicht mehr durch. Und das ist jetzt hier Mund-Nasen-Bedeckung ist das zwar auch nicht, aber... Okay. Die Rüstung hier entsprechend jetzt auch komplett. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir das Ganze hier beim Mandalorian Stormbringer Set, also bei dem coolen Mando-Set hier auch haben. Und ja, das sieht gut aus. Also hier guckt auch kein Haar mehr durch. Und wenn man in den Kampf geht, entsprechend Waffen zieht, dann zack, klappt sich hier dieses Zielvisier runter. Jetpack ist am Start. Der Gürtel fehlt, den muss ich nochmal mit reinnehmen. So, so sieht das Ganze dann aus. Natürlich mit Lichtschwert. Bisschen komische Kombination. Auf jeden Fall ist das Set jetzt hier auch fertig. Advanced Scout, der hatte glaube ich sowieso schon ein Model. Genau, den können wir auch laufen lassen. Das funktioniert auch ausgezeichnet. Und dann haben wir hier noch ein Jedi Warriors Armour Set. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon mal angeguckt hatten. Ich glaube noch nicht. Das hat noch kein hier Bildchen und auch noch keine Sachen hier. Das sieht auf jeden Fall auch noch aus, als wäre es noch relativ frisch. Haare gucken noch ein bisschen durch, durch die Kapuze. Sieht sehr interessant aus. So eine Mischung zwischen, so eine halblange Jacke, Carlo Nord hat sowas. Dann allerdings hier doch sehr voluminöse Hosen, die da in die Schuhe reingestopft werden. Sehr interessant. Auch die Farbgebung ist interessant. Dazu so ein paar Rüstungselemente. Zum Beispiel diese Schulterplatten. Auch hier der Gürtel irgendwie. Also hier an der Seite nochmal so ein bisschen Hüftpolster oder sowas. Sehr komische Armschienen hier. Beziehungsweise sind wahrscheinlich die Handschuhe. Ne, es sind nicht die Handschuhe. Sind es tatsächlich die Armschienen? Das sind tatsächlich die Armschienen. Das sind die Graves. Das ist richtig. Es gibt hier einmal Graves ohne und einmal mit Model. Ist auch toll. Gauntlets und Bracers. Da haben wir es. Ja, also irgendwie die Hose ist hier zweimal mit aufgeführt. Und einmal hat sie kein Skin und einmal ist es halt diese Hose. Ich denke mal, das ist das Richtige. Das ist hier noch ein bisschen fehlerbar. Wie gesagt, PTS. Wir nehmen doch mal kurz das Bruststück raus, um den Gürtel nochmal zu sehen. Der ist nämlich auch ein bisschen breiter gestaltet. Hat hier vorne eine schöne Schnalle irgendwie. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und ja, im Großen und Ganzen ein sehr interessantes Set. Also eine schöne Mischung irgendwie aus tatsächlich so einer Jedi-Robe. Man sieht das auch ein bisschen unter der Jacke, dass das so ein bisschen gebunden ist, wie bei manchen anderen Sets. Und dann aber auch so ein bisschen Rüstungsplatten oben drauf eben entsprechend. Wäre natürlich ganz interessant zu sehen, wie das entsprechend färbt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier irgendwo mal an Färbemittel rankommen. Ne, das sind ja alles keine Legacy-Bound-Sachen. Promotional Items. Ne, ne. Ne, haben wir hier leider keine Färbemittel. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie... Das kann man jetzt natürlich auch nicht mehr, äh, vorschauen, ne. Also keine Vorschau sich auswählen. Na gut. Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das Blau auf jeden Fall in eine Richtung färben wird. Das Rot in die andere Richtung. Hier unten das Braun und das Schwarz hier hinten. Das dürfte wahrscheinlich gleich bleiben. Wäre so die Vermutung auch hier das schwarze Hemd drunter. Beziehungsweise entsprechend hier die, ähm, der Gürtel. Das dürfte auch gleich bleiben. Ähm, also ich würde sagen, das Rot und Blau, das färbt. Und der Rest bleibt ungefähr gleich. Sehr interessantes Set. Ist auf jeden Fall hier noch neu hinzugekommen. Ja, die Klinge hatten wir ja gesehen. Ähm, da wurden wir nochmal gefragt, äh, Preisfrage. Ändert sich das Leuchten, was man hier vorne ja sieht? Ändert sich das mit dem Kristall? Und ich glaube, das können wir tatsächlich, äh, überprüfen. Denn wir nehmen jetzt einfach mal hier ein Kristall. Oh, schwarz-lila, ja, zum Beispiel. Und ja, tut es. Das ist jetzt also deutlich lila hier an der Stelle. Wir können das auch nochmal, ähm, aufheben. Und vielleicht nochmal irgendwas, äh, Prägnantes nehmen. Hier so ein Grün zum Beispiel. Und dann sehen wir, ja, jetzt leuchtet's grün. Das ist aktuell noch so ein bisschen, äh, von hier sieht man's nicht. Das ist also so ein bisschen eine Sache der, der Perspektive hier an der Stelle. Aber man sieht's doch deutlich. Es leuchtet grün, ja. Und wenn wir hier jetzt das, äh, das Holographic Weapon Tuning zum Beispiel dazu nehmen, dann wird die eben unter bestimmten Umständen eben auch durchsichtig. Dann ist das Grün natürlich weg. Hier hinten sieht man's doch so ein bisschen. Aber, äh, am Ende wird sie eben durchsichtig. Und ja, die, äh, Farbe des Schwertes, das Leuchte, der Leuchteffekt hier auf der Schrift, der ändert sich mit dem Kristall. Gut, haben wir das auch geklärt? Würde ich sagen, reicht's wieder vom PTS. Wir haben also ein paar schöne Sachen, die irgendwie innerhalb der nächsten Wochen kommen werden. Und, äh, ja, wann genau, das ist noch offen. Ne, das werden wir sehen. Das soll's auf jeden Fall erstmal gewesen sein vom PTS. Jo, und das soll's dann im Endeffekt auch schon gewesen sein für diese Woche. Ihr habt die Möglichkeit, 450 Kartellmetzen zu gewinnen. Äh, haben oder nicht haben. Ihr müsst nicht mal was dafür tun. Ihr müsst nichts übersetzen, nichts erarbeiten, nichts suchen. Ihr müsst einfach nur unten in die Kommentare einfach euren Charakternamen und die zugehörige Fraktion reinschreiben. Ich übertrage euch einfach in, äh, ein wunderschönes Formular. Das heißt, ihr müsst nicht mal das Formular ausfüllen. Ja, einfach nur einen Kommentar schreiben. Ist auch eine schöne Sache. Und, äh, dann habt ihr entsprechend die Möglichkeit, hier dran teilzunehmen und zu gewinnen. 3.500 Abonnenten war der Anlass dazu. Ist eine schöne Sache. Und ich würde mich natürlich auch weiterhin über jeden einzelnen Abonnenten freuen, der dazukommt. Über Daumen nach oben und sonstiges Gedöns freue ich mich natürlich auch. Und, äh, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen und beabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lor. Ich bin raus. Tschüssing! Tschüssing!